Das Berg Ultime Champion 410. Das Ultime Champion ist unser neuestes rechteckiges Champion Trampolin in der Größe 4,10 x 2,50 m. Die Rechteckform ermöglicht es, auf der gesamten Länge des Trampolins komfortabel zu springen. Außerdem erleichtert die Form die Orientierung auf dem Trampolin, wodurch die Sprünge besser kontrollierbar sind. Das Ultime Champion 410 ist mit einem einzigartigen und patentierten Oberrahmen versehen, der durch seine Ausgestaltung als Hohlträger und sein Format extrem stark ist. Sowohl in der Regular- als auch in der Flatground-Ausführung. Das Ultime Champion ist natürlich mit einem Airflow-Sprungtuch und Twinspring-Federn ausgestattet. Das Airflow-Sprungtuch lässt 50% mehr Luft durch, wodurch du höher springen kannst und weniger schnell ermüdest. Dank der schrägen Anordnung der Twinspring-Federn können mehr und längere Federn verwendet werden. Dies gewährleistet ein größeres Springvergnügen und einen größeren perfekten Sprungbereich. Das Ultime Champion ist mit einem dicken und breiten Schutzrand, 30 x 410 mm, ausgestattet, der mit strapazierfähigem PVC ummantelt ist. Dank des großzügigen Formats des Sprungtuchs und der Kombination mit Airflow und Twinspring ermöglicht dieses Trampolin die höchsten Sprünge. Aus diesem Grund ist das Sicherheitsnetz bei diesem Modell höher als sonst. 2,20 m statt 1,80 m. Das bietet auch geübten Springern genügend Sicherheit. Das Sicherheitsnetz passt sowohl auf die Regular- als auch die Flatground-Ausführung dieses Trampolins. Damit ist dies neben dem Ultime Elite Flatground das einzige Flatground-Trampolin, das mit einem Sicherheitsnetz kombiniert werden kann. Das Ultime Champion 410 ist ein Flatground-Modell mit oder ohne Sicherheitsnetz, sowie in der Regular-Ausführung mit Sicherheitsnetz erhältlich. Das Ultime Champion 410 wird in den Farben Grün und Grau angeboten. Das Regular-Modell wird standardmäßig mit Leiter geliefert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017